In diesem Video ersetzen wir diesen Schaumstoff-Popschutz mit was das für Shotguns und viele andere Mikrofone taugt. Hallo und vielen Dank fürs Reinschalten hier bei Event & Studio. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich bin der Uwe. Hier geht es um allerlei Event, Studio, Video, Whatever, Tipps, Tricks, Reviews etc. Und die Nummer nehme ich mal in die Abteilung Tipps, denn ich habe einen coolen Tipp für einen Pop-Schutz, der für Richtmikros taugt, so wie dieses. Mein Problem, falls du das Video zu dem Mikro noch nicht gesehen hast, verlinke ich mal oben in der Infobox. Der mitgelieferte Schaumstoff-Windschutz nimmt ganz schön viele Höhen obenrum weg. Es gibt eine Alternative von The Hook Studios, 842S heißt dieses Ding. Verlinke ich euch unten gerne in der Videobeschreibung, beziehungsweise alle Links gibt es auch im Blogpost zu diesem Video. Auch den verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja und diese Variante auf jeden Fall von The Hook Studios, die habe ich hier in Deutschland nirgends zu kaufen gefunden. Und ein Einzelimport irgendwie aus USA, ich denke das wird auch zu teuer. Deswegen habe ich mich umgesehen. Ich wollte was haben, was auf diesem Mikro funktioniert. Möglichst kleines, also nicht so ein Teil. Das nimmt dir einfach, wenn du irgendwie was machst und gleichzeitig am Bildschirm guckst oder oder. Ist einfach ein Riesending, das im Sichtfeld hängt. Und diese Schwanhälse und andere Varianten, die es gibt, die funktionieren ja auch nicht immer unbedingt mit Mikros in einer gewissen Länge. Ja und da bin ich bei meiner Recherche auf dieses Ding gestoßen. Das gibt es zum einen, wie ich gesehen habe, von Mackie. Das heißt dann, ich gucke mal schnell, Mackie PF100. Es gibt, wie ich finde, ein exakt identisches Ding. Auch vom Thomann oder beziehungsweise von der Thomann Eigenmarke. T-Bone MS60 heißt das Ding dann. Und der hier ist wiederum fast derselbe, kostet ich glaube 9 Euro, gibt es bei Amazon. Ist natürlich ein Plastikteil. Die anderen sind, hoffe ich, ein kleines bisschen stabiler. Und beworben wird der als Popschutz für grundsätzlich solche Mikros, was auch eigentlich ganz gut funktioniert. Der kommt einfach drüber, wird von diesen zwei Gummis gehalten. Ich weiß nicht, ob du es in der Kamera jetzt erkennen kannst, die Membran vom Mikro bleibt frei. Also da ist jetzt kein Gummi im Weg oder irgendwas. Und das ist natürlich vom Blickfeld her wahnsinnig viel besser, als so ein Oschi da zu haben. Das heißt für mich fast ein freies Blickfeld, weil ich eigentlich rechts und links so dran vorbei sehe. Ziemlich cool. Also das finde ich für die Anwendung auf jeden Fall echt gut. Die schreiben auf der Homepage, dass dieses Teil auch für solche Mikros funktionieren soll. Das muss dann aber schon ein richtig fettes Teil sein. Denn das hier, wie du sehen kannst, das macht gar keinen Sinn. Also keine Ahnung, was die da gecheckt haben. Ich glaube, die haben sogar auf der Verpackung ein Bild in dieser Art drauf. Also ja, hat mich aber eh nicht interessiert, denn ich wollte es ja dafür einsetzen. Und bin von der Machart von diesem Teil auch davon ausgegangen, dass es klappt und es tut es. Ihr seht diese beiden Gummiringe, die da einfach eingehängt sind. So funktioniert es natürlich nicht, aber die kann man ganz einfach da aushängen. Und was ich dann gemacht habe, ist die in den hinteren Ösen einfach über Kreuz eingehängt. Es ist ein bisschen fummelig, aber das macht man ja dann auch nicht permanent. Damit die so da drin hängen. Ich denke, man kann das sehen. Und in die vorderen Haken könnte ich jetzt, wo habe ich das Teil denn jetzt hin, die beiden Ersatzgummis einhängen, die da mitkommen. Das ist dann für die Überkreuzgeschichte aber relativ eng und zieht dieses ganze Ding zusammen. Und ich denke, das ist auf Dauer wahrscheinlich nicht gut. Guckt ihr um jemand, der Haare hat und Haargummis? Ich habe das versucht und das hat sofort funktioniert. Genau dasselbe Spiel auch an diesen beiden Haken. Das Ding einfach über Kreuz einhängen. Und jetzt kannst du mit etwas Gefummelt zwar, aber wie gesagt, man macht es ja nicht dauernd, das Mikro sozusagen immer zwischen die, ist das zu erkennen, ich denke, immer zwischen die Gummis stecken. Und das hält und zwar relativ gut. Man macht da ja auch nicht wahnsinnig rum, man kann es auch ein bisschen ausrichten. Man muss ein bisschen gucken, wie die Gummis da drin sind, ob die verdreht sind oder gerade. Und dann ist das eine ziemlich coole Nummer, die, wenn man so ein Mikro als zum Beispiel Talkover oder für eine YouTube-Situation nutzen will, denke ich eine ganz, ganz coole Sache. So, und weil wir natürlich den Unterschied mit und ohne Popfilter hören wollen und auch gucken, ob der Popfilter an sich funktioniert, baue ich hier mal kurz um. So, jetzt habe ich mal hier zum Synco Mic D2 gewechselt. Jetzt also auf jeden Fall der Sound mit Popfilter. Achtet mal drauf, was in den Höhen passiert. Wie es da ausschaut, achtet drauf, was mit den Plosiven passiert. Wenn ich natürlich viel Gas gebe, wird da trotzdem der eine oder andere Plosiv durcheiern. Ansonsten, ja, der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Papp-Plakate an die klappernde Kapellwand. Der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Papp-Plakate an die klappernde Kapellwand. Soweit ich das jetzt hier mal mitbekomme, denke ich, ist okay. Okay, höhenmäßig auch kein Riesenunterschied, denke ich. Das schauen wir uns jetzt mal an. Sorry für den Sound. So, jetzt natürlich klar, der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Papp. Entschuldigung, das ist jetzt natürlich ganz heftig. Aber in Bezug auf die Höhen, denke ich, ist zumindest mit dem Kopfhörer der Unterschied jetzt nicht wahnsinnig riesig. Vielleicht nochmal zum Vergleich, da muss ich allerdings das Mikro ein bisschen aus der kleinen Spinne rausnehmen. Zum Vergleich nochmal, diese Geschichte hier. Und da höre ich jetzt selbst hier im Kopfhörer einen definitiven Unterschied in Bezug auf die Präsenzen ganz oben raus. Ich nehme den nochmal ab, sorry. So, und hier der Unterschied wieder ohne den Popfilter. Ich kann den ja einfach mal so davor halten. So, haben wir da einen Unterschied in den Höhen, haben wir da einen Unterschied in den Höhen, haben wir da einen Unterschied in den Höhen. Mit dem Kopfhörer bekomme ich nichts mit, aber wer weiß, vielleicht merke ich es dann beim Schnitt. Kleiner Nachtrag, beim Schnitt habe ich es eben logischerweise nochmal gehört, müsste ich jetzt die Varianten auf ein Siegertreppchen stellen. Ist das hier der dritte Platz, klang für mich am schlechtesten. Das ist der zweite Platz und am besten klingt das Mikro ohne alles, einfach so wie es ist. Man hat hier doch, was ich erst nicht gedacht hätte, einen kleinen Unterschied gehört, finde ich. Aber eben nicht so krass wie mit dem Schaumstoffwindschutz. Mag sein, in einer anderen Umgebung ist es nochmal anders, aber hier jetzt an meinem kleinen Arbeitsplatz ist das das Ergebnis. Ja, vielleicht hat dir dieser kleine Tipp ja gefallen. Wie gesagt, für günstige, ich glaube 9 Euro waren es. Ich verlinke auch den, beziehungsweise die ganzen anderen in der Videobeschreibung. Finde ich eine nette Lösung für so ein YouTube-Setup oder für vielleicht Voice-Over, falls du sowas machst. Denke ich, könnte gut funktionieren. Und ja, das war es für dieses Video. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis hoffentlich bald. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Untertitelung des ZDF, 2020